Hallo und seid mir herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bloodborne. Ich bin der Uzubar und freue mich euch heute eine weitere Episode vorzustellen. Also ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen die Architektur hier anschaut, dann sieht man, das ist echt creepy. Guckt euch mal den Scheiß an, wie creepy das ist. Das ist, das sind definitiv, ähm, okay, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht ist das einer der ältesten, the old ones, wie man so schön gesagt hat. Ne, wie auch immer, wollen wir mal weitergehen, ah, hier ist eine Tür, haha, war ja klar, jetzt will ich mich von dieser Seite öffnen. Okay, mein kleines Problem sind die zwei dort, die zwei kleinen. Okay, ja, in der letzten Folge haben wir Dark Beast Pearl besiegt. Okay, ich hab's grad gepullt. Ich hoffe, das Ding kommt ein bisschen weiter nach oben. Komm, komm. Hm, ein Niger ist auf der Lauer. Komm. Komm. Ich pull das Ding mal hier hoch. Ja, den Saugangriff kenne ich schon. Okay. Jetzt wird es ein bisschen wilder. Okay. Boom. Miststück. Haha, sorry für den Ausdruck, aber das Ding ist einfach ein Miststück. Okay, zweites Miststück. Das Miststück wird aber... Lol, what the fuck, dude? Finally. In your face, man. So muss es laufen. Haha. Oh, wir haben einen Mond bekommen. Juppie. Hört man die Musik im Hintergrund. Die ist ja Hammer. Die ist ja Hammer, du. Okay, ähm... Mondruhne. Mehr Bluteckos erlangen. Oh, cool. Mhm. Eine Umschrift von Mond, wie es von den Großartigen im Albtraum ausgesprochen wird. Mehr Bluteckos erlangen. Die Großartigen im Albtraum sind im Geiste wohlwollend und kommen oft zur Hilfe, wenn sie gerufen werden. Mhm. Zwillings... Nice. Wisst ihr, habe ich das Ding eigentlich schon weiter geupgradet. Ne, ich brauche noch eins, dann können wir, ähm... Gewehrspeier auf plus sechs bringen. Das wäre nicht schlecht, so. Vorsicht vor der Ältere. Ha, 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 ha. Die Bitch versteckt sich da. Die Bitch versteckt sich da. In your face, man. Oh, woman. In this case. Ha, ha. Kiesel. Aha. Äh, wisst ihr was? Ich muss mal kurz was schauen. Ähm... Falsche Taste. So, Moral Toffs möchte ich gerade keine benutzen. Was ich hier noch benutzen möchte... So ein Kiesel. Ähm... Pum, 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 pum. Packen wir mal... Ein paar Giftmesser rein. Und dann Blut von Ariana. So. Und das sollte hilfreich sein. In hoffentlich jeder Situation. Erst wird sich an Fokus auf Ausweichen. What the fuck? Oh no. Er sieht mich. Er sieht mich. Okay. Bitch, here. Holy shit. Habt ihr das gerade gesehen? Es gibt Schweinchen am Spieß. Ha, ha, ha. Schweinchen am Spieß. Alter Schwede, du. Mann, man, man. Wenn mich das getroffen hätte, das wäre... nicht so schön gewesen. Okay. Wollte ich behandeln. Widerliche Bestie. Oh. Das fieh ich, ja. Meine Fresse. Die Musik in diesem Spiel ist ja Hammer. Moment mal. Oh shit. Eine Patrouille. Oh shit. Okay. Das sind die Doggies. Ein zweiter muss auch kommen. Der bleibt natürlich dort hängen. Okay. Okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, Bitch. Du wolltest es so. In your face, man. Genau das muss man aufpassen, meine Damen. Wenn die sich hier gerade so stärken, weil danach werden die so wilde Bestien, ey. Und springen hier rum ohne Ende. In dem kleinen Fenster kann man die besiegen. What the fuck? Ich muss aufpassen, nicht, dass auch mal irgendeine Bitch hier auftaucht. Bam. Ich fülle das Ding hier runter. Ich dachte, der Kronleuchte wäre jemand. Loy. Okay, wir haben hier eine... Oh, Moment. Riecht nach Überfall, ne? Okay, das heißt, wenn ich die Tür aufmache... Oh, nice. Puh. Blut von Ariana. Definitiv eine Bitch. Wie sie schreien, ey. Aber wie sie zu mir rennen. Das ist ja noch... Noch kranker. Sehr gut, man. Sehr gut. Wie die auf mich zugerannt sind. Das ist ja... Wiederum... Ach, ich bin hier. Guck mal an. Interessiert mich nicht. Ehrlich gesagt. Dann gehen wir weiter. Okay, wir haben eine Abkürzung. Wenn man es eine Abkürzung nennen kann. Gefunden. Ja, in irgendeiner Weise kann man es schon eine Abkürzung nennen. Wenn man vom Gefängnis aus dahin geht. Wupp, wupp, wupp. Ich nehme ihn mit. Hammer. Okay, ich bin gerade die ganze Zeit durchgegangen, aber ich habe nicht geguckt, wie geil das eigentlich aussieht. Guckt mal einen an. Da, der Mond. Hammer. Muss man schon sagen, es ist Hammer. So. Sieh an. Gleichbluthimmel. Lopp. Feind voraus. Okay, da unten haben wir Hunde. Aber guckt mal einen an. Sehr, sehr viele Sachen, die wir looten können. Okay, das... So was da vorne sieht natürlich schön aus. Aber... Okay, ich glaube, der hat versucht, den einen kaputt zu machen. Okay. So, pullen wir mal den Hund hier vorne. Ich hoffe, er hat nicht von irgendeiner anderen Seite jetzt angriffen. Gut. Holy shit. Boom. Okay, das ist sehr interessant. Okay, da ist eine Tür. Das sind irgendwelche Gefängniswegen. Was steht denn hier? Riecht nach Lügner. Riecht nach Lügner. Verstehe ich nicht. In dem Zusammenhang. Okay, schauen wir mal hier. Eisenhelm mit schwarzer Kapuze. So, wenn jemand kommt. Schauen wir uns mal das Ganze mal an. Wo ist der da? Von den Jägern des unsichtbaren Dorfes getragene Eisenhelm. Die Jäger von Yahargul hören auf die Gründer des Dorfes, die Mensesschule. Jäger, die nur den Namen tragen. Sie ziehen die Kapuzen ins Gesicht, um ihre Augen zu verbergen. Dieser Helm ist aus Metall, selten für Jägergewände. Und hat eine hohe Abwehr, aber nur gegen physische Angriffe. Okay. Okay, das ist das Gleiche. Die Bindungen mit dicken Seils schützen den Träger und fesseln seine Gegner. Das sieht aus wie Gefängniswegen, definitiv. Ah, meine Stimme momentan verabschiedet sich. Sorry. Oh Mann. Irgendwie verabschiedet sich meine Stimme. Heute. Bäm. Mehr Shit. Moment. Menschenverstand ist effektiv. Fest verschlossen. Haha. Naja. War ja klar. Okay, wir haben trotzdem hier oben was. Zeit für Menschenverstand. Nicht aufgeben. Okay, das mache ich von der anderen Seite. Oh, guck mal. Oh, ich meine Ahnung. Rasendes. Das ist gut. Können wir nachher gebrauchen. Okay, hier unten ist anscheinend nichts mehr. Es geht wahrscheinlich in die Stadt. Weil ich sehe da dem Schlitz da was. Keine Ahnung. Okay, das verborgene Dorf. Sehr interessant. Dann wollen wir weiter. Weil wir sind von da gekommen. Und wir können in diese Richtung auch gehen. Oh, Zuflucht und Zeit für verborgene Pfad. Okay. Ich wurde auch früher mal verarscht. Oh nein, oh nein, oh nein. Du Stück. Komm. Boah. Immer draufhauen. Geil. Zwillingsblutscherben. Ich habe es zu spät gesehen, dass es da rumkrabbelt, ey. Oh, stopp. Vor ist vor Jäger der Jäger. Oh, shit. Das gefällt mir nicht, Leute. Vorsicht vor Jäger der Jäger. Hä? Was soll bitte daran vorsichtig sein? Wir haben gerade eine... Verstehe ich nicht. Da wollte mich jemand... auf den Arm nehmen. Schlecht. Definitiv schlecht. Da ist kein Jäger der Jäger. Oh, der Jäger der Jäger kommt noch. Ha. Der kann nicht sein, weil normalerweise kommt man von dieser Seite rein. Guckt mal einer an, ey. Das ganze Straße. Geht hier wieder ein Schwein hier rum. Guckt mal einer an. Piggy. Piggy. In der Haus. Oh, guckt mal einer an. Ich freue sie vor Nachricht. Erinnerst du dich an verborgener Fahrt? Okay. Das ist eine andere Abkürzung. Die nach oben führt. Okay. Schweinchen-Piggy. Ansonsten haben wir eigentlich nichts hier. Hm. Nur Piggy ist ja unten. Oh, guck mal einer an. Ich habe Piggy's Aufmerksamkeit. Okay, wir können natürlich versuchen, mir das Ding zu buggen. So, ich baue meinen zuverlässigen kleinen Speer. Komm, Piggy. Wow. Und rein mit mir. Boah. Pumpen, pumpen. Pumpen, Alter. Das kommt mit. Scheiße. Lauf, lauf, Digga. Lauf, lauf. Ich habe nicht gedacht, dass das mitkommt. Alter Schwede. Alter Schwede. Das Viech haut aber richtig rein. Das passt sogar hier durch. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Oh. Haha. Jetzt aber. Spießchen. Come on, come on. Boah. Boah. Holy shit, du. Ich spiele mit dem Ding, ey. Haha. Boah. Da läuft ein Blitzpapier. Nice. Für Blitzpapier habe ich mich mit dem auseinandergesetzt. Bam. Okay, Doggy. Ich habe deine... Come on. Come on. Boah, boah. Komm her. Ich sagte, komm her. Ich weiß nicht, warum wieder Ava Media einfach aufgesprungen ist. Zack. Gleich dazu nur. Ach shit. Vergessen, das Ding macht seinen anderen Angriff. Total vergessen. Okay, da vorne ist wieder ein Bodysnatcher mit zwei Hunden, oder? Ja, ja, komm. Okay, zwei Hunden kommt. So. Problem wird der Bodysnatcher vorne sein. Feuer ist effektiv. Wundersam Gegenstand. Okay, wir versuchen... Natürlich erstmal die Hunde wegzulocken. Das finde ich witzig. Und dann können wir den Bodysnatcher nämlich... Shit. Aber das hat gut geklappt. Das finde ich witzig. Ich beschmeiße die Viecher neben dem Typen ohne Ende. Aber selber merkte gar nichts. So. Perfekt. In your face, man. Boah, nice. Zwingungsblutscherbe und... Auch der Tonitros. Den haben wir doch... Können wir jetzt kaufen, indem wir Dark Beast Pearl besiegt haben. Nice. Kostenlos bekommen. Okay. Ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich sehe euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich. Und ich sage zum Abschluss... Bye, bye.